Viel mehr als heiße Luft. Entdecken Sie Green Heat Recovery, Wärmerückgewinnung. Umweltschonende Technologie durch die Nutzung von anfallender Abwärme im Kälteprozess zur Wärmeerzeugung. Bares Geld sparen bei der Anschaffung und beim Betrieb der Maschinen. Hohe Nachhaltigkeit durch signifikant reduzierte CO2-Emissionen. Viele Anwendungsbereiche mit unseren Quantum- und Spektrum-Kältemaschinen. Green Heat Recovery von Engie Refrigeration. Erleben Sie Exzellenz in Kälte und Wärme.